hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von strange seed ja eins vorweg ich hoffe dass es keine lizenzrechtlichen probleme mit der musik gibt weil zumindest hier menü lässt die sich leider nicht ausschalten ich habe das ganze natürlich jetzt aktuell gemütet damit ihr mich besser verstehen können es ist wieder in die games time und ja ich habe mir ein sehr lustig aussehendes und irgendwo ein bisschen knufflig aber gleichzeitig auch beängstigendes und hier ruhig ist und eigentlich kann man das alles ein bisschen verbinden in die game ausgesucht was ihr vermutlich noch nicht kennt also schaut mal rein und ja wir sprechen uns dann am ende noch mal zum vorerst urteil was wir fällen ich habe wahrscheinlich leider im moment nicht die zeit ein komplettes let's play von zu machen deswegen werde ich schauen dass diese folge auch ein bisschen länger wird und wieder mal intensivst reinschauen können viel spaß ja ich habe mir jetzt leider vorher nichts vorgelesen weil das jetzt alles sehr spontan kam aber das hier sind wir wir sehen auf jeden fall schon mal sehr knufflig aus wie ich finde und wirklich leid aber ich muss mal ein screenshot davon machen wir können kämpfen das weiß ich noch ich hatte mir nämlich mal was durchgelesen aber dann habe ich mich ja etwas ins bettchen verkrochen weil es mir nicht so gut ging und dementsprechend rb haben wir was okay pinker slime wir können angreifen und wie ihr seht wir können das jetzt aufnehmen mit der linken taste also essen wir haben uns dadurch jetzt aber noch nicht verwandelt aber darum geht es dass wir stärker werden und dass wir uns verwandeln ich schau mal eben kurz nach ja ich habe es geschafft dann doch noch die musik auszuschalten ist eine schöne musik könnt ihr euch natürlich gerne gerne anhören aber ihr kennt das ja nein 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 ich bin ich habe auch das falsche gedrückt das tut mir leid ich wollte eigentlich nur mal eben gucken ob ich eventuell dazu komme auch zu rennen du bist jetzt wieder aber die tun mir ja eigentlich nichts ne hallöchen ich wollte jetzt mal so ganz mies von hinten angreifen so die frage ist natürlich bringt uns das überhaupt etwas ich meine wir haben jetzt gesundheit dazu bekommen wir haben biomasse dazu bekommen ich kenne mich natürlich mit dem spiel selber noch nicht aus deswegen muss ich da selber mal ein bisschen gucken ich weiß aber so in etwa worum es eben geht weil wir müssen mit anderen kämpfen um uns eben zu verwandeln der war jetzt aber schon sehr angriffslustig hier also wenn ich das richtig gerade beobachtet habe dann haben wir jetzt oben links da wo 24 von 30 steht haben wir das ganze ein bisschen vergrößert dna haben wir 23 du bist doch eigentlich nett aber die wollen ach so gut die wollen damit uns reden okay ja ich hab den salamander ich weiß nur nicht genau wie wir es einstellen müssen moment da müssten wir hier drücken und kommen komplett woanders hin das wollte ich nicht get into was 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 nest first get into nest first to involve so wir brauchen ein nest wo wir uns dann entwickeln können ist das so was wie ein nest dahinten können wir das als solches nutzen oder müssen wir uns jetzt ein richtiges nest suchen das ist jetzt die frage ja du solltest das eigentlich nehmen hallo ich konnte das doch die ganze zeit mit links nehmen warum denn das nicht hallo ich will dich haben ich will dich fressen und ich sehe irgendwie so niedlich aus okay scheint irgendwie nicht zu funktionieren hey back off i can open this precious flower over my dead body das ist gut denn da ja genau denn da es tut mir leid es tut mir wirklich leid aber wieso können wir denn nicht nehmen hallo wir dürfen nicht nehmen ich weiß nicht genau warum schauen wir erst mal ob wir jetzt hier reinkommen ich komme da gar nicht hoch hallo muss ich hier ich kann die nicht nehmen ist das spiel gerade ein bisschen buggy und mag mich nicht oder was ist das jetzt hier warum darf ich den nicht nehmen also nicht essen nein ach man da komme ich immer wieder drauf wieso darf ich den jetzt nicht fressen die anderen tasten funktionieren auch nicht den kann ich nehmen aber das kann ich nicht nehmen na gut aber rein können wir immer noch nicht also es ist auf jeden fall auch kein nest was mich noch ein bisschen irritiert ich meine dass das spiel auf deutsch gewesen ist ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher ich habe im moment so viele anfragen gehabt um spiele vorzustellen deswegen habe ich nicht mehr alles im kopf was jetzt auf deutsch und auf englisch war hilfe du hast ein ausrufezeichen heißt das du bist aggro oder ist das du hast eine quest ich brauche ein nest sag mir doch mal wo ich ein nest finde das ist so ein so ein mutiertes viech oder das ist ein regenwurm kopf ich weiß nicht was das sind das sieht eher nach schnecken häusern aus aber ich glaube das soll ein flügel sein was ist denn mit euch okay das reicht wenn ich überhaupt jemanden da in der nähe töte das ist doch schön was ist mit dir mit dir können wir auch nicht reden oder du bist quasi zu nichts nutze sozusagen okay kein problem gut nehmen wir das erstmal dann haben wir auch wieder ein bisschen leben dazu das ist schön da hinten ist dna können wir durchs wasser durch das ist jetzt die frage oder verreckt man jetzt beide aber ich hab's geschafft ja nest claim das ist mein dna nest hier bleibe ich jetzt den rest des spiels nein okay ähm new parts available okay da machen wir drücken hier auf den steuerknopf nach oben und wir können das ist eine gute frage salamander hat blob hat das ist nur der biss warum kann man die sachen von oben nicht nehmen blopp arms moment muss ich da den salamander auswählen nee dann gibt es auch blopp arms ehrlich gesagt dann will ich mich aber eigentlich gar nicht attacken bis also der salamander der macht schon ziemlich viel ne das wäre dann da würde sich sonst nichts ändern ja beim sprung würde sich nichts ändern aber es würde einmal mehr attacke sein so wie es aussieht ja nehme den mal oh mein gott sehe ich jetzt hässlich aus äh wie komme ich hier wieder raus gar nicht mehr gar nicht mehr ist immer gut okay mit escape muss ich dann drücken irgendwie mit dem controller komme ich nicht raus oh mein gott was habe ich jetzt für ein hässliches gesicht ich schlecke jetzt die ganzen leute ab okay machen wir das doch ups ich will aber nicht ins wasser das hätte mich gerade schon fast getötet oh was mit dem hier los hallo wie komme ich denn zu dir da hoch warte mal hallo oh ich wollte dich abschlecken hat nicht funktioniert ist einfach weiter gelaufen dumme sau ähm oh der sieht aber böse aus hier was ist mit dir los schleim oh oh ich sollte den auch treffen so so kannst mich mal zack so oh was ist mit euch ihr seht aber wirklich böse aus äh alter was war das gut dass wir vorher ein nest gefunden haben äh ich glaube mit denen sollte ich lieber noch nichts zu tun haben wie sieht denn dein bruder aus wieso heißt der eigentlich pinker ploppte der ist doch kein pink ja armer kleiner ich such deinen bruder mal oh alter ist mit euch nicht in ordnung wieso ist der jetzt aggro wieso ist der aggro der andere war nicht aggro in der nähe vom wasserfall ja eigentlich müssen wir da hochkommen aber wenn das jetzt hier nicht schräg ist komm mal da glaube ich nicht hoch oder wir probieren es mal ja ich muss sagen das mit dem springen das ist schon ich hoffe da finden wir mal was wo wir noch besser springen können oh was ist denn hier hallöchen yay was ist mit dir i'm hiding from my brother he is so annoying ja komm mit äh oder soll ich dem jetzt bescheid geben dass du hier bist hm wir gucken erstmal eben wo ist das nicht eine schöne blaue welt hier hinter dem horizont okay wir gucken erstmal in der höhle ob wir da noch irgendetwas haben also was ich jetzt gerade ein bisschen schade finde dass man jetzt keine oh nein ich wollte die welt so nicht sehen das bringt mich komplett vom glauben ab ähm ja also was ich eigentlich sagen wollte was ich ein bisschen schade finde dass wir jetzt so direkt keine quests haben ich eier jetzt übrigens nur so blöd rum weil ich mit dem stick am laufen bin das hängt jetzt nicht irgendwie mit dem mit dem komischen Viech hier zusammen was ich jetzt gerade am spielen bin sondern das hängt ach nee da wollte ich ja hochgehen eigentlich ich meine wenn auch er nicht da ist können wir ja trotzdem mal gucken ob wir hinter dem Wasserfall was finden oder ob wir da überhaupt hinter kommen das ist nur die Frage kommen wir da noch wieder zurück weil der kann ja nicht so springen ne hallo ich wollte gerade sagen ich sehe hier nichts mehr hallo ach dann komme ich nur hier oben hin oder wie ach ja toll da wollte ich aber nicht hin alter das hört sich so krank an geh da jetzt rüber so was 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 ist denn das da hallo was bist denn du ja klar ich kann den nicht erwischen aber der mich oder was alter das war mein Leben und wieso backt der bitte hier drin so oh er wollte ihm eigentlich einen Salamanderschwanz geben ja sowas gibt man doch seinem kleinen Bruder und jetzt will er es nicht mehr jetzt kriegen wir den ja ist doch schön also für uns für den Bruder jetzt wahrscheinlich nicht mehr aber ist nicht schlimm ähm so hinten ist noch irgendjemand mit dem wir sprechen können dann hier ist noch mal eine Eidichse ist Brondi immer wieder neu du hattest gesagt mein Hals ist nicht lang genug ne aber mein ja jetzt ist mein Hals eigentlich immer noch nicht lang genug hm ich bin mir erst mal woanders hin schauen wir mal ich hab eh fast kein Leben mehr ich würde wahrscheinlich eh bald sterben das ist nicht so süß an irgendwie so was haben wir äh hallo nein springen sie bitte da hoch jetzt alter was soll das das finde ich nicht nett ich gehe immer meinen Weg egal ob ihr mir Steine in den Weg legt oder nicht gehen wir halt anders rum so stecken wir uns vor der bösen Eidechse hatten wir mit dir jetzt schon gesprochen eben ach so das war der der da drüber springen wollte genau der wollte ein einen einen Schwanz wie ein Salamander haben aber ich hab auch immer noch keinen Schwanz komm wir wir gucken mal ob wir vielleicht einen Salamander Schwanz bekommen haben wir ein Schwänzchen dabei Biomasse den Nacken oh den Nacken vom Salamander der müsste doch groß genug sein oder müssen wir uns hier was zurechtsuchen da hinten keine Quest gehen wir erstmal wieder ins Nestchen es ist ja soweit ganz süß aber ich hoffe dass das sich noch gibt und wir später äh ich sag mal gebrauchte Teile finden für den Körper damit wir ein bisschen schneller laufen können so kann man ne damit kann man auch nicht zurück warum das nur mit Escape geht weiß ich noch nicht so genau also Salamander Kopf haben wir ich sehe oder sehe ich doch Moment hä geduck aber dass der ah guck mal da haben wir doch schon mal da haben wir schon mal einen langen Schwanz wollte ich gerade sagen langen Hals Salamander Schwanz brauchen wir auch noch damit wir da drüber springen können so wie ich das verstanden habe so das Blob-Lex Salamander-Lex Kosten was für Kosten eigentlich ich hab jetzt gar nicht darauf geachtet die Hände die haben wir so okay dann gehen wir mit diesen etwas seltsamen Gebilde doch einmal raus aber so viel besser kann er auch nicht springen oder aber theoretisch ja theoretisch kann er nämlich jetzt hier durch ohne dass er umkommt das ist schön lass mich dein Freund sein hallo okay sie hat irgendwas hier gefunden One Scale Point die hat mir jetzt einen Punkt gegeben oder was den sie hier hat rumliegen sehen ja super okay kein Thema ähm gut dem einen müssen wir wahrscheinlich helfen da rüber zu kommen aber die Frage ist können wir dem helfen wenn wir aussehen wie ein Salamander können wir da jetzt rum das wäre doch eine schöne Abkürzung oh ja hallo ja der sagt immer noch das gleiche hm also er will nicht ich weiß auch nicht genau hier respawnt ja eigentlich nichts ne aber da vorne der eine respawnt immer wieder der Salamander ich weiß nicht ob wir den immer mal wieder vielleicht kaputt machen sollen um was Neues zu kriegen hallo wie geht es dir bist du nicht sehr gesprächig ne ja das habe ich schon gedacht okay über die Blütenblätter brauchen wir gar nicht erst rüber da hinten ist das Wasser tiefer kommen wir irgendwie da hin oh nein aber ich glaube der ist ein bisschen schneller oder als der andere bin mir nicht sicher ach ja da hinten müssten wir eigentlich rüberspringen können das hört sich an wie ein Zoo hier eine Zoohandlung hallo guten Tag da wollte ich ja eigentlich hoch Moment da oben war jetzt irgendwas sehen die mich schon wenn ich hier vorne bin ne ne aber da hinten ist auch so ein komisches Vieh hm wo habe ich das denn jetzt gesehen gerade das war doch da oben drauf oder nicht das waren die die mich kaputt gemacht haben oder ah der geht mit ins Wasser Hilfe Hilfe geh weg geh weg ich will nur das Ding essen tschüss tschüss f dich wohin verfolgt er mich bitte der ist jetzt nur wegen dem Wasser nicht mitgekommen oder alter geh weg betelgeuse hau ab nein geh weg geh weg oh wollen die mich veräppeln wieso laufen die mir jetzt hier komplett hinterher was wollt ihr von mir meine Freundin hilf mir alter was ist das ich mag die nicht die sind so aggressiv und böse was haben wir denn für neue Teile blob arme salamander ja salamander ist ja eigentlich das stärkste sag ich mal aber hm da würden wir wieder runter gehen da würden wir auch runter gehen die körper haben wir ganz wenig aber ein bisschen mehr defensive hm machen wir das mal den haben wir tja jetzt sehen wir so aus sind wir irgendwie hässlich oder nein boah dieses anvisieren ne ich muss das mal mit dem target machen aber ich vergesse das immer wieder biomasse biomasse dem seinen torso könnten wir theoretisch kriegen gucken wir doch mal ob der vielleicht besser ist so jetzt wollen wir mal schauen oh der hat auf jeden Fall mehr hp das ist schon mal gut allerdings ein bisschen weniger defensive das ist echt schlecht aber ja wir probieren es mal eigentlich will ich da hinten drüber springen das war ja ursprünglich mal die idee bevor dieses ekelsviech da gekommen ist ich hab schon wieder vergessen ja es ist schlimm es ist schlimm dass ich das immer wieder vergesse so oh nein warum ich sehe nichts mehr so biomasse gucken wir mal da hinten das war das hallo ja du sollst das nehmen ach komm ja das ist irgendwie noch ein bisschen verpackt also eben wo ich hier gestanden habe ging es noch und jetzt kann ich es nicht nehmen hm keine Ahnung warum da ist einer da hinten sind noch welche von denen da der mich eben angegriffen hat das nehmen wir mit das nehmen wir nicht mit hallo ah jetzt so da war doch noch einer also das mit dem vorher anvisieren ist auf jeden Fall wesentlich besser oh oh da ist eine Ameise aber die möchte mit mir sprechen okay das geht wesentlich besser ja gut hat der nicht auch noch ich wollte gerade sagen hat der nicht auch noch irgendwas verloren hier na komm ach nee jetzt geht das wieder nicht ach komm das ist blöd dass das ein bisschen verpackt ist ach hier ist noch ein Nest Nest claimed also ich bin mir jetzt nicht sicher ob das dann das ist wo wir als letztes dann wieder kommen Hallöchen guten Tag nein wieso kann ich mit dir nicht sprechen oh kommt der denn jetzt her kann ich jetzt mit dir sprechen ah I want to go up the tree but it's so high beetle wings make you better and jumping salamander arms help you climb I don't have either also er möchte gerne hinter also von mir aus gerade aus glaube ich auf den Baum hoch aber das ist so hoch wieso heißen die eigentlich alle pinker bloff fällt mir gerade so auf das ist so hoch und ähm ähm äh wie heißen beetle na ach käfer käferflügel helfen wohl dabei besser zu springen aber ich kann die Käfer ja nicht besiegen das ist halt das Problem und salamanderarme die ich ja vorher hatte sollen wohl helfen besser zu klettern aber das kann ich jetzt so nicht bestätigen schau mal eben oh so komm wir hier hoch na so nein komm nimm das nimm das und das oh wir claimen erstmal das Nest hier so oh mein Gott da hinten ist 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 eine Ameisenkönigin oh ich hab so ein bisschen Schiss gerade hallo guten Tag Boss setz if we can beat her up ähm hm we get them sweet eggs mein jetzt mit hör die Königin but but how I gonna get over here ja das frage ich mich auch da müsste ich dann quasi so ein so ein Käfer erstmal gemacht haben ne da komm ich nicht hin so weit kann ich nicht springen das kannst vergessen hm nee das das schaffe ich da nicht hochzukommen da kann man hochklettern aber das bringt uns nichts oder hm hm seid ihr aggro komm her oh alter kann das sein naja ist jetzt die frage kann das sein dass ich die vielleicht äh oh da ist ein Kiefer da ist ein Kiefer ich werde jetzt sowas von sterben nein geh doch zur Seite mein Gott mein Gott mein Gott ich hab einen Kiefer besiegt boah alter ich bin zwar selber fast tot aber ich hab einen Kiefer besiegt ja oh mein Gott Moment guck mal guck mal eben ob wir zufälligerweise was ich nicht glaube die Flügel bekommen haben wir haben die Flügel bekommen oh wie geil es sieht mega scheiße aus aber wir haben die Flügel bekommen oh ja aber das werden wir nicht ja jetzt springst du jetzt wo ich schon runtergefallen bin oder was ich glaub nicht dass wir das so hinkriegen ich kann auch nicht laufen in dem Sinne der macht das immer viel zu spät Mann wann soll ich denn dann drücken wenn ich noch oben stehe und noch eine ganze ganze Reihe vor mir hab ne er läuft da einfach runter der will nicht irgendwas fehlt ihm noch hm komm ich denn da hin ja natürlich rutsche ich da jetzt runter aber von da komm ich doch nicht dahin oder oh oh boah ich wollte ihn eigentlich angreifen keine Ahnung gehen wir erstmal wieder raus können wir was mit der mit der Ameise machen da hinten du gehst mir auf den Senkel echt so das sieht man wieder neues bohren finde ich so blöd so was mit dir komm mal her glaub du mal stehen sorry but I can't pass my queen needs help turn around and go into the big tree das ist seine Königin nehme ich mal an ne okay also mit ihm können wir wahrscheinlich erst reden wenn wir der Königin geholfen haben das Problem ist der Königin zu helfen weil alter wir haben gerade einen zweiten Käfer besiegt yes oh was mit dir du siehst mir irgendwie aber nicht so nett aus was haben wir hier ein mystery liquid okay schauen wir mal du willst jetzt aber nicht ach so dem ist bestimmt das Wasser ja ausgegangen oder hallo Mr. Frosch guten Tag ne Salamanderboss ach so entschuldigung I send my goons into a big tree to kill the ants oh ich hab seine Helfer quasi getötet ups die hat er eigentlich ausgesendet um die große Königin zu töten ähm you ought to go help ähm ja ja klar ja ich geh ich geh da hin und helf denen hab's verstanden aber muss man eben muss man eben so und dann so der sieht so krass aus so wenn ich die jetzt angreife dann kommt der wahrscheinlich auch oder den will ich jetzt aktuell nicht so unbedingt als Feind haben wenn ich ehrlich bin das Problem ist halt ich muss da drüber springen aber ich kann's nicht so richtig hm aber ohne das kommen wir wahrscheinlich nicht weiter nehm ich mal an nehm ich mal an entweder schaffen wir das jetzt oder wir müssten das vorgestellt erstmal hier unterbrechen das fände ich wiederum blöd wenn ich das jetzt unterbrechen müsste nur weil ich da nicht weiterkomme ehrlich gesagt würde ich gerne den Käfer da oben machen du siehst mich nicht ich geh woanders hin muss nur erstmal hochkommen alter ich hasse die Viecher so ist da hinten noch einer ich hoffe nicht also so einzeln gehen die ja noch aber wenn die zu zweit mit anderen Viechern sind ist das eklig warte mal komm ich komm ich so zu dir nee das ist Wasser hier ne da müssen wir hin oh Gott ich hoffe das ist wirklich Wasser und nichts was mich irgendwie kaputt macht oh nein ah spring doch blödes Mistvieh oh hallo äh ihr wollt mich jetzt veräppeln dass jetzt die Brücke repariert ist oder hallo hallo guten Tag my hero the salamanderboss has been bullying my ants can you defeat him and bring me ja das hat ich befürchtet also ähm ja wir wissen ja schon dass der salamanderboss die die anderen hier auf sie drauf gejagt hat und sie bittet mich jetzt dass man ihn besiegen soll scheiße äh ja aber warum long ago the mistress raised us together she fed us strange strange liquid and we grow so large okay also irgendeine mistress ich weiß nicht wer hat ähm ja beide wohl groß gezogen ich meine gut die sind auch um ein länge ist größer als die anderen und hat die gefüttert mit irgendetwas flüssigen und deswegen sind sie so groß geworden heißt das ich könnte auch was nehmen wodurch ich groß werde but i think those chemicals drove that stupid salamander insane so will you do it mhm insane ist glaube ich verrückt oder also sie denkt dass diese chemikalien womit die die auch immer da gefüttert hat äh dafür gesorgt haben dass der salamander irgendwie verrückt geworden ist ja great go on then peon warum was auch immer peon heißt keine ahnung so dich muss ich jetzt umbringen ich kann ihn nicht umbringen gut dann gehe ich einfach hier dran vorbei okay ich habe ja eben schon versucht mit dem zu sprechen deswegen ist mir das egal oh mein gott ich habe kein leben und nichts und ich will jetzt versuchen einen boss umzubringen ihr habt sie doch nicht mehr alle hmm oh komm schon yes ich denke mal die haben einfach alle so ne eine bestimmte mechanik wodurch man die dann auch kaputt macht machen kann ich hoffe der salamander kommt jetzt grad nicht so achso wir können aber nochmal eben kurz gucken mhm es gibt uns mehr und wir können ein bisschen ja dann machen wir das doch das wird uns alles nur schlechte machen ein bisschen weniger springen dafür aber zehn mehr mit dem anderen haben wir ein bisschen attack bonus aber oben drauf ne betel hat ja ich lass es mal so also das wird jetzt erst mal unsere letzte aktion sein für dieses video das kann ich jetzt schon mal sagen wir versuchen das jetzt mal ob wir eventuell den boss kriegen oder ob wir nicht kriegen und wenn wir ihn nicht kriegen und wenn wir ihn nicht kriegen ja dann hören wir hier erst mal auf weil das video ist schon sehr sehr lang geworden bisher ja und ich hatte ja gesagt dass es ein bisschen länger werden wird ich hoffe jetzt die kleinen mischen sich da jetzt nicht auch noch mit ein weil das wäre doof weil das wäre doof ich habe nämlich gemerkt wenn man sich nicht auf einen konzentriert dann ist das schon ein bisschen doof also er hat mitbekommen dass die queen die amerikanischen königin mich rausgeschickt hat und er will mir jetzt zeigen wer der wahre boss ist oh alter hilfe ja mir war irgendwie klar dass das so zu ende gehen musste aber naja gut wir lassen es jetzt einfach mal so stehen hier ist mal das kleine vorstellungs video auf schreibt mir auch gerne in die kommentare wie ihr es bisher gefunden habt ich finde es auf jeden fall von der idee her mal was komplett neues ähm ich finde es gar nicht so schlecht die erklärung fehlt mir vielleicht hier und da so ein bisschen und ich finde es ein bisschen komisch dass wenn man mit dem controller spielt wobei ich jetzt natürlich nicht weiß ob es 100 prozent unterstützt wird mit dem controller da müsste ich nochmal nachschauen aber dass wenn man mit dem controller spielt man anscheinend immer escape drücken muss wenn man hier in dem nest drin ist also wenn man jetzt hier den fall nach oben gemacht hat mit den anderen teilen damit wir überhaupt wieder rausgehen können das ist ein bisschen das kann man natürlich das sind so kleinigkeiten die man noch verbessern kann da werde ich den entwickler auf jeden fall auch noch mal anschreiben ob das ganze überhaupt controller unterstützt ist was für mich natürlich wesentlich einfacher wäre aber wie gesagt es sind kleinigkeiten dann drückt man halt mal eben escape drauf oder so und dann macht das jetzt auch keinen unterschied mehr ja ich hoffe das spiel hat jetzt hier auch generell gespeichert also nicht nur jetzt für den augenblick wir haben einiges festgestellt einiges herausgefunden die nester sind halt eben unsere speichern orte die wir dann auch immer aktualisieren können gleichzeitig sind das aber auch die orte wo wir uns ja ich sag mal verändern können unsere genetik verändern können und wir müssen halt unsere genetik verändern damit wir dann bessere chancen haben gegen unsere gegner zu kämpfen oder beispielsweise irgendwo hoch zu springen und so von der idee her wie gesagt finde ich es unheimlich gut gemacht weil es auch mal was neues ist ich kann zumindest der art noch nicht wenn ihr das schon mal gesehen habt könnt ihr mir das natürlich auch gerne in die kommentare schreiben aber ich kenne es so noch gar nicht ich finde es aktuell ein bisschen schade dass es auf englisch ist ich meine aber wenn ich mich nicht täusche dass ich da schon mal deswegen auch den entwickler angeschrieben hatte und gefragt hatte ob es auch deutsche sprache gibt ich werde das jetzt hier unten noch mal als text einblenden wenn ich noch mal nachgeschaut habe ich bin mir jetzt nicht sicher ich meine er hatte gesagt dass sie das über kurz oder lang auch gerne in andere sprachen übersetzen würden aber wie gesagt ich bin mir das nicht hundertprozentig sicher sondern das was ich jetzt hier unten eingefügt habe als text das gilt auf jeden fall ja ansonsten finde ich schon richtig süße spiel so dass mit den kämpfen näher das ist so also ich sagen ein bisschen steif weil man muss halt immer warten bis sie dann diesen angriff ausgeführt haben man kann nicht direkt ausweichen man kann natürlich auch keine rollen oder sowas machen sondern höchstens weg springen oder ähnliches und ja also ich persönlich finde es aber auf jeden fall ziemlich cool ich werde wahrscheinlich nicht dazu kommen ein ganzes let's play zu machen jetzt in der nächsten zeit weil ich wie gesagt viele anfragen noch bekommen habe und das scheinbar auch ein bisschen rumgegangen ist dass ich halt in die games wirklich liebe und auch gerne vorstelle und ja was soll ich da noch weiter zu sagen ich finde es auf jeden fall eine coole sache und ich werde es definitiv noch weiter verfolgen nur videos wie gesagt wird es jetzt erstmal wahrscheinlich noch nicht davon geben aber wenn ihr da interesse drin habt dann schreibt es gerne in die kommentare und dann werde ich mal schauen wie ich das eventuell noch ein arbeiten kann wir haben jetzt doch noch so einige sachen offen die dann auch parallel noch zueinander laufen und die dann halt auch noch ein bisschen länger dauern deswegen ja warten das erstmal ab bis zum nächsten video dann wenn ihr mich und meinen kanal unterstützen möchte dann lasst doch gerne ein kostenloses like da oder vielleicht auch ein abo lasst doch gerne einen kommentar da und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt dann könnt ihr natürlich auch gerne eine mitgliedschaft eingehen wir müssen dem logarithmus von youtube ein wenig entgegenwirken und die kleineren kanäle auch ein wenig pushen denn die bekommen meiner meinung nach zu wenig aufmerksamkeit vielen dank für eure unterstützung und bis zur nächsten folge und bis zur nächsten folge